Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Vielleicht braucht man einfach nur die Gesellschaft mir einen hübschen Wandel bei den Weizen erwarten Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Hey, da fehlen der, als ob ich keine Leute anschreien kann Jetzt habe ich eine Idee Ich gründe eine Band mit einer neuen Musikrichtung, die ich erstens entdeckt habe Dieses Lied am Ende ist von einer Band namens Grandmother Die Liedsenderin ist 70 Jahre alt Vielen Dank